So, sind wir bitte? Ich will endlich rein. Ich fühl mich draußen, je später es wird unwohler. Ja, wir müssen aber bald da sein. Ich glaube, hier geht es zum See runter. Also, so viele Berge habe ich noch nie gesehen. Windelbeek. Hmm, Natur mit Lebenswiederherstellung. Ich glaube, ich habe einen Bären geweckt. So. Ja, wir lassen ihn nicht. Wir gehen dann mal hinter uns. Mich interessiert eigentlich nur der nächste Punkt da vorne. 3,25 Euro. Rotwassersumpf, Sumpf, Sumpf. Vielleicht finde ich auch hier meine Algonia. Da werde ich mich hier drin auf jeden Fall ausruhen und den Tag überstehen. Ah, ich speichere mal die überhaupt. Hier ist nämlich der Vampir zu Hause. Erstmal vor die Leiche hier. Hm. Viele Säge. Aber nur ein Weg. Der führt hier lang. Ja. Wir haben natürlich auch ein Feuerschwer. Das passt natürlich sehr gut. Jetzt kann ich auch die Geister besiegen. Bist du ein Algonia? Ich glaube, das ist ein Algonia. Ich nehme mal die andere Waffe aus. Das sah nämlich gerade aus wie ein Algonia. Ähm, ja, mit welchen Klingeln soll ich das... Skript-Effekt anschlagen. Ich glaube, das ist es. Hallo? Wer ist da? Du bist kein Algonia. Du bist auch kein Algonia. Ihr lügt wie gedrückt. Hey. Alter. Wo laufen sie denn hin? Wo laufen sie denn hin? Heißenes Kurzschwert. Rotwasser-Sumpfsch. So. Gut, also es war kein Algonia. Schade eigentlich. Gerade die brauche ich doch. Oh, Feuerschaden. Autsch. Ihr habt keine Dietriche dabei. Doch. Hab ich. Mein Dietrich ist die Tastatur und besagt... Je schneller ich tippen kann, desto besser. So mal. War es das hier? Toll. Ich habe den falschen Weg gegangen. Okay. 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 Ich hätte doch den Schlüssel gebraucht. Weil damit öffne ich jetzt diese Tür. Das ist schon wieder so ein Geist uns nicht bei geworden. Lasst es uns zu Ende bringen. Okay. Und da haben wir eine Leinwand. Leinengewand. Mein Trank. Neu, die wird so schwer belastet. Okay. Dann wollen wir doch mal Zeug abladen. Irgendwie so. Den brauchen wir sicherlich nicht. Gift nutze ich nicht. Ich bin auf jeden Fall wieder klar. Aber war die das? Ne. Kann nicht sein. Ist ja nur ein Akrobat oder Akrolyt. Ich hätte mich eigentlich auf die Questklare glaube ich was anderes gesagt. Was blieb denn noch? Hey, das ist Luke Skywalker. Wo schießt denn der hin? Oh, ich wisst ja, wie ich gegen eine Hasselie wegkrenne. Zwergenkurz. Zwergenkurzschwert. Oh, was bin ich denn gerade gestolpert? So. Wo geht es denn jetzt lang? Hier ist der richtige Weg. Also gehe ich erstmal hier lang. Gucke mich hier mal um und gehe dann hier wieder zurück. Wo seid ihr? Hier. Bist du in der Akron, ja? Wer ist da? Nee. Hinten Reel Tschüß Schwutrank Bannung Asche von Hinten Reel Ich hab die Asche von Hinten Reel für mir die Sande gesammelt Ich solle sie sofort zuher bringen Nee, solltest du nicht Wenn du das sofort machst, stirbst du Wir haben nämlich jetzt draußen 5.58 Uhr Ich weiß jetzt nicht, wann die Sonne aufgeht Deswegen geh ich eher Steipelz Ich geh jetzt zum Ausgang Wenn ich das finde Oh Doch hier Ja, man kann die Sonne durchscheinen sehen So, das heißt abspeichern Und 12 Stunden warten Es war also relativ knapp Ja So Das ist bei sich immer noch hell draußen Ja Ich glaube ab 8 Uhr kann man rausgehen So Ich seh nichts Also Infravision wie an Ich muss mal gucken, ob ich irgendwo ein Banditen oder ein Argonia Lager finde Wo ich das Schwert dann einstecken kann Wo ich das Schwert dann einstecken kann Banditenlager wäre natürlich das idealste Weil ich dann dort dann entsprechend den Knoblauch finden könnte Den ich suche Das ist Festung Rotwasser So Sag mal So Zack, zack Alte Holztür Hey Okay Okay Langschwert der Erschöpfung Gott, so langsam wird es ein bisschen Okay Org Rüstung ist schon mal besser So Rüstung So Ich schmeiße jetzt Sachen weg Vor allem Sachen die Eigentlich unwichtig sind Ich bin voll überladen Sehe ich eigentlich auch noch an den beiden Super Waffen die ich habe Deswegen schmeiße ich die Dinger jetzt weg Das Kälteschwert würde ich gerne behalten Helfen durch kann weg Helfen durch kann weg Die sind alle sehr gut So davon kann mindestens 200 schon mal weg So Davon auch So So Diese scheiß Siegelsteine ne Die sind auch Bäh Aber vielleicht brauche ich die später noch So Silberbogen Silberbogen Ja dann muss ich das halt so machen, gib mir das wieder. Das ist jetzt mal ein bisschen hin und her schauen hier gerade was ich jetzt anziehen muss. Das ist jetzt mal ein bisschen hin.